Ja Leute, der arme Ohne, der ist halt fertig. Der geht hier ab dem Spitzenort und gelbe. Wollt unbedingt auf die Aufpassung, kriegt ihr heute den Überhabenstuhl. Schaut euch mal an, der arme Kerl. Und ich stehe da mal ein und vor. Wollt unbedingt auf die Aufpassung. Wollt unbedingt auf die Aufpassung. Mach mal mit. Ja, Wollt unbedingt auf die Aufpassung. Ja, Wollt unbedingt auf die Aufpassung. Ja, wenigstens hat er ein bisschen Spaß mit Mädels. Ja, immerhin das können ich ihm jetzt mal mehr an. Vielleicht lenkt er das jetzt ein bisschen ab. Oh, der macht sich keine Gedanken mehr. Ja, ja. Ja, ja. Schauen wir mal, wie der Arme jetzt weitergeht. Oh, wenn ich kriege ich da gerade noch eine nach Hause. Mann, 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 ist der dicht. Mann. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aller, ich muss mich da auf Kucke proletzen. Hache, Karadik, baby! Das ist Originaal OVV! Geht's doch! Ich hab keine gescheuert gekriegt! Scheiße! Scheiße gelaufen, total! Das geht nicht so gut! Ole, tut mir leid für dich! Aber... Hätte ich nicht so blöd angemacht, hätt's auch keine gekriegt! Oh je! Ich glaub jetzt stürzt mir das richtige Abbruch! Na, immerhin hat er's ja noch drauf! Hä? Noch hast du's ja gut drauf! Kannst du noch? Kannst du noch? Hä? Lass uns erst mal was trinken! Okay, können wir gern machen!